herzlich willkommen zusammen wir gucken uns mal um auf dem kanal von filmfritze111 der ist hier bei youtube ganz leicht zu finden so hier haben wir den kanal schon gefunden den könnten wir gleich schon abonnieren oder wir gucken erst mal rein was dazu bieten gibt was ist das was es gibt so der inheber grüßt uns schon mal das ist nicht aber den halten wir mal schnell an und schauen uns mal um was es da gibt neben der begrüßung haben wir hier den bereich uploads da sind sämtliche videos drauf die wir jetzt gerade vor kurz aktuell hochgeladen haben ganz in der mehrzahl ist es jeweils herpfarrer und wir gucken mal rein am besten ist es wenn man hier alle wieder geben drückt man kann natürlich auch selektiv in 1 reingehen aber eigentlich ist es am tollsten wenn man hier sagt alle wieder geben ich mache das mal einen neuen tab auf so dann ist das da und würde loslaufen eines dass wir sagen wenn das durch ist wenn es zu ende gespielt wird dann springt es gleich hier in diese liste rein und spielt ein nach dem anderen ab ich kann natürlich aber auch sehr selektiv in 1 reinspringen und das hier angucken wiederum durchlaufen lassen und das nächste folgt in automatisch im anschluss das ist also ganz prima wir gehen mal zurück auf den kanal und gucken weiter und sagen nächste rubrik sind beliebte videos die können wir auch alle wieder geben zum beispiel den reisevideo russer schweiz was von nacktszene ein großer hit die fiescheid oder das kauf erlebnis von gonzos laden in kissleck oder oder vieles mehr hier mit dem pfeil können wir weiter gehen in dieser leiste und uns verschiedenes angucken so jetzt haben wir die vielen uploads von habfahrer ein bisschen gegliedert in playlists die können uns hier angucken da gibt es da drüben noch eine ganze menge mehr und dann könnten wir beispielsweise sagen wie sieht es aus wenn wenn ulan singt und dann haben wir wieder eine playlist die hier aufgeht und eines nach dem anderen durch spielt so wir haben noch einen kleinen player den machen wir wieder weg so es gibt allerdings mehr als habfahrer hier zum beispiel side projects und vorgänger bands also wir haben hier nacktszene petit four die vorgänger band three seasons tross im sechs vor ganz alte vorgänger band raging rodents und die alten sachen von shady und dann haben wir noch ganz andere sachen die sind hier zum beispiel große empfehlung die kunste aus kissleck machen wir noch mit einem neuen tab auf gucken dann einmal rein und wiederum wenn man video und können hier in der leiste ganz viele anderen sachen angucken zum beispiel die permanent also auch hier eine menge zu entdecken und schließlich haben wir hier unten noch konzertpakete da geht's drum da haben wir so quasi geschichten ein konzertfilm plus begleitmaterial also irgendwelche trailer haben wir hier warm up berichterstattung rundherum den konzertfilm selber und vieles andere mehr so wenn euch das gefallen hat und ihr wiederkommen wollt dann könnt ihr das machen wie 61 andere abonnenten dass ihr hier abonnieren klickt und dann könnt ihr auch noch die glocke drücken und dann kriegt ihr bei jedem video was wir hier hochladen eine kleine benachrichtigung dann geht euch nichts so ein bis zwei mal in der woche laden wir neue videos hoch und die kriegt ihr dann alle frisch auf den tisch viele grüße von eurem film fritze 111 viele grüße von eurem film fritze 111 viele grüße von eurem film fritze 111